Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Overwatch. Heute wieder die alte gute Gruppe, der Helm. Servus. Malzeit. Und der Xa. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht mehr allein. Ja, und heute hab ich mal, ich hab mal den Soldier gewählt. Ich, ich, ich kann ja nicht immer nur Fahrer wählen. Das ist ja, das ist ja langweilig, sonst irgendwann. Ich muss mir allerdings die Skills grad nochmal anschauen. Der hat Sprint bei Shift. Okay, das ist ein bisschen low, aber ein schönes Heilfeld hat er. Und die Helix-Raketen mit der rechten Maustaste. Okay, taktische Visier müssen wir dann ausfesten. So, schauen wir mal. Wir werden schon gut belagert. Ich hab davor schon jemanden gesehen, der hat kurz angekloppt. Ja, ist übel. Ja, auch viel Verkehr hier vorne. Pass auf, es sind direkt zwei Minen auf dem Boden. Wir gehen zurück. Minen ist weg. Wollte ich gerade... Wollte ich gerade... Wollte ich gerade, äh... dringen. Nix gut, nix gut. Ich glaub, da brauchen wir... ein bisschen mal an, oder? Jetzt pass mal auf. Zack, zack. Ah, nee. Okay. Okay. Heute ist ein guter Tag. Mach lieber Granatenwerfer, als den, äh... Oh, okay. Das ist... Äh, ich weiß noch nicht, ob ich mit dem klarkomme. Ich weiß noch nicht, wie man den spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Meinen sind auch ein bisschen kühne Gegner da an der Stelle. Oh, Sniper. Ganz unten, Sniper. Sniper ist da ganz unten, ja. Versuchen wir mal weit über das Geländer zu ballern. Uh, wir sind hoch. Jetzt nix. Ach, da bist du auch. Hast du auch? Nee, ich fach schon mal gar nicht kennen. Wir haben jetzt zwei von diesen Internatenwerfern. Ah, grad mal die Verheilung. Ja, so. Ähm, versorgf nicht raus, nicht raus, nicht raus. Warte, Leute. Jetzt. Na. Boah, von oben auf die Schützschicht und so ein Bestien. Ja. Boah, wieso wir denn da durchkommen? Das ist ja echt übel. Weiß ich auch grad nicht, die haben grad, die haben grad ganz schön den, den Buster belangen. Alter, was? Ganz schön, da. Kommen wir nicht hinten durch? Glaub ich bin gleich doch die Fahrer. Ich hab noch einen nicht genommen, aber... Äh, der Bestien geht rein mit der Ulti. Äh, ich will mal nochmal hingehen, oder? Wo sind sie denn? Zurück entlang, bis zum Pass. Ach, da oben, wieder ein Scharfschütze, ich hasse sie. Okay, ich nehm die Fahrer. Das hilft nix. Äh, wenn du hinterm Bus bist, rechts oben auf so einen Torhär. Okay, ich nehm die Fahrer. Das, äh, die müssen wir irgendwie... Ach, verdammt, der hat ja keinen Sprint, logisch. Müssen wir reinkommen? Ja, müssen wir. War ein guter Hinweis, ne? Ja, ohne... Ohne den Hinweis wär ich jetzt total aufgeschmissen gewesen. Das hab ich mir gedacht, deswegen hab ich... Nein. So, Bestien ist aus. Wir müssen rein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hab den Typ da rausgeholt, der Bestien muss weg. Ja, den Besten habe ich schon weggeholt. Alles klar, okay. Ach, da habe ich gerade die Seite reinmarschiert. Hab da auch noch einen weggeholt. Ich habe noch mein Ulti. Ich könnte gleich da mit dem Motorrad rein. Im Roller. Du das mal. Wir sind 41 ziemlich nah dran. Sehr schön. Umkämpft, okay. Vorsicht gegen Verkehr! Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie! Kommt her! Kommt her! Jawohl, weggehauen. Das Besten, oben ist er. Hat sich wieder aufgebaut. Ach, von hinten ist eine Multi. Ne, das war's. Wir schaffen das. Doch, die linke Verlängerung. Kriegen wir hin. Wir sind sie nur einmal verlängert bekommen. Es ist keiner da von uns. Ja, aber gleich. Ich bin gespannt. Na? Wie willst du da noch hinschaffen? Das war's. Kein Stauch. Mann! Mann! Ich bleib bei meiner Fahrer. Das war am Anfang war... Das war am Anfang war verschwendet. Äh... Ist es schon wieder? Äh... Der Mini Kuxen. Das hat uns jetzt so mal geärgert. Ja! Aber ich hab's ja... Mh 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 mh. Es gibt ein Schlimmeres. Es gibt ein Schlimmeres. Toll. So, jetzt waren wir fertig. Was? Scheiß hier. Ja, ja. Jetzt sind wir ganz schön verarscht worden hier. Na gut, nee. Wir machen jetzt hier die nächste Verteidigungsmission. Jetzt wird das eine Verteidigungsmission. Ich will meinen Rocker-Zwerg wieder haben. Meinen Rocker-Zwerg? Meinen Rocker-Zwerg. Jawoll! Da weiß ich nie, wer das ist. Was? Numbai? Das war doch gerade das Numbani, oder? Ja? War doch diese... War das Numbani, okay? Nee, das hat man vorhin. Vorhin hat man schon mal... Nee, gerade eben war was anderes. Oh Gott. Vorhin hat man Numb... Was auch immer da. Egal, pass auf. Numbani. Lass uns mal versuchen, die Knarren direkt vor die Haustür zu stellen. Ja, dass die... Ganz, ganz weit. Ja, das ist sofort, wenn die rauskommen, ja. Und wir ziehen uns zurück. Ja, ja, ja. Nur ein bisschen weiter hinten. Noch ein paar Schüsse auf die Tür und dann zurück. Wenn das Geschütze kaputt geht, kannst du sofort ein Neues aufbauen. Ja. So machen wir das. Was man zusammenbauen kann, kann man auch sein. Okay, los geht's. Los geht's. Lauf, lauf, lauf. Auf geht er. Ne, du. Ach ja, das ist so eine Shotgun. Aha. Sehr gut. Okay, wir kriegen das. Ja, das ist genau dasselbe wie gerade. Ne? Ja. Ja. Ja, Dreck, 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 Dreck. Ich kriegen die mal. So. Jetzt kriegen die mal hier zu spüren, wie es ist. Ja. Am greifen zu müssen. Dreck Maus. In 30 Sekunden erwartet. In 30 Sekunden. In 30 Sekunden. So. Aufstellen. Ah, da passt du schon. Okay. Vorricht daneben oder andere Straßenseite. Hallo alle. Meine Knarre ist schussbereit. Zeig denen aus welchem Stahl du wirst. Ein auf. So. Ach, drei auf. Und das noch. Und hier noch eine Flansch. Und da haben wir es dann. So. Guck mal hinten. Guck mal hinten. Guck mal hinten. Dieses Potential. Geschützwert. Der Schütz ist schon am Ballern. Ja. Meins hat schon ein paar. Ich habe nicht geballert. Ich habe jetzt das zweite. Das zweite Geschütz. Ja. Mein erstes haben sie schon zerlegt. Auch Heilung. Auch Heilung. Natürlich Heilung. So. Am Bus kannst du gut nicht verschanzen. Da können wir die nächsten Schüsse dann aufbauen. Bin leider down, aber ich habe ein Ulti frei. Die kommen jetzt direkt am Bus raus. Und zwar durch den Seitengang. Wenn ihr Richtung Bus guckt, links ist der Seitengang. Ja, ich weiß. Da werde ich auch gerade übel draus geschossen. Und tot. Sag ich doch. Ja, ich kam. Was willst du machen? Es war kein Vorwurf. Ich war alleine. Alle anderen waren tot. Ach, alles von Ausreden. Ich habe große Pläne mit dir. Mach du es, du Schüsse. Wie ist das hier? Ne? Soll ich mir ein bisschen Heilung? Ne, ne? Au, 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 what the fuck? Äh, Dick hat sein Ulti reingehauen. Auf, was auf. Jetzt sind sie dran. Sehr schön. Irgendwann hat er ihn aufgehalten. Äh, ich habe mein Geschütz auch verwahrt. Oh, 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 oh. Ich war sowieso so gut wie tot. Hm, der hat eine Heilung. Okay, ich habe meinen Ulti bereit. Ich auch. Nein, 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 ein Drachen. Wo kommt der? Da. Ach, schweinerei. Oh. Verdammt, die sind drin unten in diesem Raum für kann ich schlecht beschreiben. Eiße, die sind gut gehalten. Ei, 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 ei. Das wird eng, wird zu eng, wird zu eng. Lauf, wieso steht der denn hier? Du. Du. Da steht einer von unserem Team hier rum. Kein Wunder. Wir werden, glaube ich, gerade erobert. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ulti. Okay, aufgehalten. An dir kommt keiner vorbei. Geschütz, wer droht. Okay. Hier gibt's Rüstung. Haha, sende. Ah. Rüstung. So, mal schauen, was macht der Schütz ein bisschen kaputt, wie es ist. Mir stirbt keiner weg. Nein, hat ihn wieder aufgehoben. Ich bin ein. Geht übel aus. Alles gut. Alles gut. Bin noch da, hab grad meinen Ulti. Der mit seiner blöden Sauerei. Diese blöde Sauerei. Oh, dieses Potenzial. Mein Geschütz wird gegen die Elf. Noch 60 Sekunden. Da sind wir. Turmi, das ist nun verschnecken. Dieser Fetti. Mann. Ah. Das geht gut. Die haben eine gute Heilerin. Das ist das Problem auch. Die sind immer schön... ...könunterheilig. Oh. Aber mein Geschütz steht da ganz gut. Da kommen sie nicht so leicht ran. Die sind hinter uns in der Ecke. Auf dem Dach. Boah. Wird die alle wieder aufgehoben. Super, Heiler. Echt. Genau im richtigen Moment. Ich hab zwei weggeballert. Hat den Ulti voll. Aber ich glaub, es steht. Es steht, es steht. Aber ich bin leider nicht da. Ich war auch jetzt gerade tot. Aber ich hab ganz gut aufgeräumt. Jetzt gewonnen. Das haben wir schon. Geht auf. Second. Huiuiuiui. Das war... Die Ulti war gut von der Heilerin. Alter Finne. Die hat gesessen. Habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Hey. Wieder mal ein Rocker. Der Berchtige. Nur wegen dem Bild. Nur wegen dem Bild. Mir stirbt keiner weg. Ja, voll das Highlight. Total. Exzellent. Gut in der Kammer gestanden. Du hast dir nicht schlecht gestaunt, jetzt, wo du das gesehen hast, oder? Ja, ja. Exzellent. Also, das Highlight schlicht in. Episch. Episch. Oh, ich hab mir episch. Am Bart gekrault. 16 Eliminierung. Ja, ich... Leider nur 7. War nicht so gut. Habe ich meinen Karrieredurchschnitt übrigens auf 10 eingebogen. Porträtstufe erreicht. Was ist das denn? Ähm, ja. Ja, ist eine Porträtstufe, ja. Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein tolles Rahmen um dein Bild. Oh. Farblich ist das so ein Rahmen. Ach nee, haben wir schon wieder Anubis-Tempel. Angriff. Okay, das wird hart. Extrem. Das wird richtig hart. Aber ich nehme sie, die Fahrer. Es tut mir leid. Ich bin beim Angreifen... Die ganzen Schadensklassen, die liegen mir nicht. Außerfahrer. Das ist die Einzige, die ich kann. Nicht so nubig. Äh, äh, hier den, äh, den Granatenschmeißer, damit er schön... Granatenschmeißer. Und, und Xa, was nimmt der? Der ist noch um überlegen. Um überlegen. Um überlegen. Ach, nicht wobei! Ich bin beim überlegen, ob ich nicht vielleicht doch aufs Zymidon-Kalexer. Äh, wie kann man das nochmal an die Wand schummieren? Also, mit den Dings kannst du nicht so viel anfangen. Mit den Haftbomben, nein, mit den Haftbomben, mit den Geschütztürmchen. Oh, ja, dem Angriff, oder? Wie fest tut es weh? Wie fest tut es weh? Vielen Dank. Woppe! Angriffschphase beginnt in 30 Sekunden. Wobei, äh, bei dem weiten Weg, den wir haben, ist die Zymidon-Kalexer in dem Port ganz gut, ne? Ja. Uh, ja, ich hatte wenig Heilung. Gar keine Heilung. Egal. Egal. Wenn ich mit Leuchten kann man immer nochmal wechseln. Eben. Verstanden. Okay, stehen sie schon oben? Ich sehe keinen oben auf dem Ding stehen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber ich, ähm, bin auch nett so... Sehe nicht so viel. Haben wir einen Tank überhaupt? Nö, ja, das... Huch, hier ist hoch, keiner. Oh Gott, dann haben die sich richtig verschanzt. Okay. Eindruckend. Ach, da unten. Nach unten drin steht er. Direkt im Tor links ist ein kleiner Gang, da steht ein Geschütz drin. Geschütz habe ich alle gemacht, aber, äh, Zweck lebt noch. Du heilige Scheiße. Danke, Partner. Oh, was auch, den räuch ich mir jetzt aus. Da ist er gleich weg hier. Zack, weg ist er. Ich glaube, ich wechsle da auf. Merci. Offensive Heilung ist ja doch besser. Ja, scheiß aufs Portal. Oh, wir nehmen schon einen. Äh, das klang gerade irgendwie ziemlich tot. Ist noch jemand da? Ja. Oh. Wo kam der denn jetzt her? Alles wird schon oben? Das habe ich noch nicht gesehen. Ne, da war noch einer, oder? Oder? Ne, das war der. Echt? Das war nicht so aus, dass ich da nicht geschaut habe. Ja, der Scharfschütze genau hinterm Tor unten. Hm. Hand für sich keiner zu schlecht, aber, hatte geklappt. Ich komme da leider mit meinem Rat nicht hin. Glaube ich. Teleporter. Na. Wo sind sie denn? Dankeschön. Das war sehr gut. Scharfschützen kriege ich schon nach und nach. Glaube ich habe ihn. Die müssen es mal vertrieben. Ne, habe ich nicht. Oh. Aha, okay. Oh, wir sehen den Teleporter. Rechts haben sie einen Schütze ausgebaut. Teleporter ist im Eimer. Rechts haben sie Geschütze. Okay, okay, okay. Alter, das geht mit zum Nix. Hup, 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 hup. Uh, ja, so ein wirklich gutes Gefühl habe ich jetzt auch nicht. Rechts. Das Geschützt. Oh. Scheint die Sau rauszulassen. Danke. Hallo! Hallo! Ist noch da? Ist noch! Oben! Habe ich den Sack! Wo oben? Ach, da oben! Danke, sehr gut! Okay, pass auf, dann zünde ich jetzt mein Ulti, Ulti ab. Oh, dieser Scheiß, dieser Scheiß! Penner! Der geht mir echt auf den Sack! Der kämpft wirklich, der ist immer an der selben Stelle und trotzdem kriegt man nicht weg. Das ist wirklich eine ganz fiese Stelle hier. Links den ignorieren wir. Oh, wo sind die denn? Den nächsten Tag. Seufzt, okay. Ja, ich kümmer mich an mit dem Sniper. Ja, das ist gerade zu spät. Wir haben noch eine Minute. Wo ist er denn? Ah, ganz gestritten Typen hier. Äh, auch schon gewechselt. Okay. Komm schon. Wird's. Extrem schwer. Ja, du, keine Chance. Nicht ansatzweise eine Chance, wenn wir da reinkommen. Ganz gestritten ist doch nicht nur auf, wenn wir da reinkommen. Nein, ich bin nicht ohne. Naja, ich bin nicht ohne. Nee. Oh, nein. Ja, nein. Was ist denn? Ja, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schade, schade, schade. Also, jetzt schreibt da einer, you guys really have no clue, ja. Ist klar, also mit dem Tank muss man halt da reinmarschieren, ansonsten geht's nicht. Wenn du keinen Tank hast, der ein Schild hat und mal so ein bisschen Deckel gibt, dass du den Schild aufschalten kannst, geht das nicht. Mir wäre der Tank das Wichtigere gewesen. Ich weiß es nicht, wir haben von jeder Seite einen Zugang irgendwie. Ich danke dir. Ja, neue Runde, neues Glück. Ja, gut, die anderen waren gut. Genau. So ist es. Muss man auch mal anerkennen. Aber wie gesagt, da wäre es der Tank, glaube ich, wirklich gewesen. So ein Reinhard mit Schild vorneweg, dann kannst du mal so ein Geschütz ausschalten, dann kannst du den Sniper oben wegnehmen. Das sind einfach so Sachen, ohne Tank, Angriff, ist nicht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffe ich zumindest. War mal wieder eine Niederlage, sowas. So können wir gar nicht mehr, gell? In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Labe die Erde. Bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.